halli hallo liebe leute zu einem neuen let's play left for dead 2 ich bin der anzu mit mir bei mir neben mir unser lieber darkstar weißbrot ja und unser neuer mitspieler hier zu gast unser ratzer niveau am start niveau am start nein das heißt nirgendwo am start okay ja wir zocken zocken zu dritt left for dead 2 und wir stimmen mal ab zum abmetzeln ich wurde gar nicht gefragt dass ich sauer rei das alles nur weil ich nicht schwarz bin ja ich bin schwarz ich bin coach ich hab echt gelitten alter ihr habt so gelitten du hast gleich gelitten wenn ich dir meine motorsäche in den hintern schiebe du hast gar keine aber ich hole mir eine gar nicht doch auch wetter nein nein ich bin immer der motorsägen mann du bist der motorsägen mann ja hier gibt's zombie geflattert zum sonderpreis habe ich euch das erzählen 350 350 ja ja bei mir ist der preis is an the only things getting slashed not a flu ja wo hast du jetzt aber ist das drittanbieter not bound achtung ein heli eddie bis saudi wir haben wir haben wir haben normal ich habe umgestellt moment schwierigkeitsgrad wollen wir ich hab's doch geändert im video da bin ich da bin ich wo bist du an der wand ja oh mein gott ich glaube ich bin damit anlauf wieder die wand gerannt weil mein gesichtsabdruck da drin hängt mit den tellen auch noch ja die habe ich reingeschossen einfach pur reinballern scheiß egal hier liegt kotze rum ja das könnte meine gewesen sein entschuldigung das ist ja gesoffen ach guck mal da stehen welche gucken rein wie dumm sind die denn ich habe gestern aber auch getrunken machst du gar nicht ja wenn ich doch verlieren hinter mir hinter mir hinter mir da bist du da bist du ich bin auf dem scheißhaus ich habe mir in die hose gemacht nein aus den präsentieren hallo habe ich dann hier hallo 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 ich liebe es hallo ich liebe es hallo ich liebe es Stirb bitte stirb 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 Consider mich hat irgendwas nein 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 ich Amen an der tür fest weil es mal so bei der weite spiel ist nicht jugendfrei das heißt wenn jetzt unter 35 seit bitte abschalten okay mache ich bis dann mit adrenalin können sie viele handlungen schneller durchführen das hört sich nicht an was fahrer war woher hängst denn du rum lass mich bin der nachtzieht schneller als wenn das kannst du mal zum wedeln gehst dann nimmst du dir ein adrenalin mit krio arise gewisses wieder im geben empfangen eine so was heißt hier wieder du bist doch kein 1 mal untergefallen ja geschossen aber ich falle hier generell gern runter weil ich einfach so fett muss ich nachladen ja im haus erspart den zimmermann aus dem haus die die pillen zu werfen ich konnte sich auch gern voll ein fetisch war lecker also ich möchte nicht vor euch laufen wenn ihr richtige waffen hinter hand habt nicht so und wir können auf dich schießen ja verlierst doch kein live dabei oder doch der kreis der menge ich bin ich wurde noch bisher glaube ich kann das machen und solle anzusehen ja ich halte den gewinke winke 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 das auf den knie sah gerade bisschen komisch aus du mal kotze ja und dann los hat jemand fleisch dabei wir könnten können wir machen die türen links bitte dich auch Welche Tür links, die da? Die, die, die rauchen und wo gar kein, absolut garantiert kein Feuer hinten dran ist. Okay. Okay. Tür auf. WAAA! Idiot. Oh weh. Ich sterbe, ich sterbe. Wir schennen, wir schennen. Oh, äh. Daxter stirbt, Daxter stirbt. Hilfe, Hilfe. Ich versuch's. Ich komm nicht ran. Oh, Kettensäge. Ich bin tot. Schade. Aber für den Toten nicht echt sexy. Halt mich. Sexy. Alter, ich bin tot. Können wir hier direkt mal wieder aufgeben? Alter. Ich möchte euch ja bei eurer kleinen Diabose, hätte ich fast gesagt, nicht unterbrechen, aber kann mich jemand aufheben? Geht das? Nee, aufheben geht nicht so weg, ich habe das Bord gleich wieder. Das ist schon mal ein Vorteil. Na, echt jetzt? Ja. Ich finde so eine Kettensäge echt praktisch. Schade, dass ich jetzt einfach nicht die junge Dame hier übernehmen kann. Das wäre cool. Das wäre so eine junge Dame hier. Betonung auf die Jungen. Na ja, was soll ich sagen? Die Oma? Oh, da bist du ja wieder. Was? Wo bin ich? Da, wir retten dich. Ich rette dich. Ich reiste durch. Na super, im Schrank. Oh, in der Pipebaum ist hier. Ja, besser wie im Klo. Es gibt Leute, die rettet mal im Klo. Die kommen dann, spawnen dann so voll im Klo. Da habe ich auch letztens ein geiles, ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist oder so. Auf jeden Fall habe ich mit einem Kumpel gezockt und der hat die Rochelle, also die hübsche Dame hier, gezockt. Und ich war hier der Coach. Komm mal rein hier. Ich komm rein. Kommst rein. Und dann sind wir mal zusammen aufs Klo gegangen und da, ja, hat der Coach leicht anzügliche Sachen von sich gegeben. Also bitte. Und Rochelle dann halt, uh, nicht so spürisch. Bisschen bitchy, oder? Ja. Darf ich jetzt Arschloch sein und die Rohrbombe werfen? Jetzt? Darfst du gleich. Darfst du gleich. Jetzt war, wenn wir hier rausgehen. Oh, ich habe meine Gasmaske vergessen. Ich werfe einfach. Sie kommen. Ja. Das sehe ich gerade. Ich habe auch noch Boomer kotzt. Aus der Schusswehr hat mich abgeschossen. Ich habe geschossen. Oh, ein Defib ist hier. Hedrkelbombe. Derrkelbombe. Hier hinten war noch irgendwas. Derrkelbombe. Derrkelbombe. Okay, es macht immer. Derrkelbombe. 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 wir machen uns ein soundtrack selber na wo ist er denn ratzer darin der buch ich versuche irgendjemand was in die hat zu drücken da pflicht geld von sowohl da da oben war nur blöd dass man geld nicht mehr so wirklich als ob wir aber klüppse brauchen könnte ich mich trotzdem dann kann man sich den arsch abputzen und ganz anzünden dann wird es warm ja nie ist klar irgendwo ist ein da hinten ist er immer auf die moment der ihr seid ganz schön diskriminieren ja ich heil mich ich heil mich la 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 coach was hier ja sagt das noch mal zu mir bringt einen weißen knackigen arsch hierher ja du lachen ja mann nahtkämpfer kettensäge ihr habt eigentlich keine nahtkampfwaffe genommen braucht man nicht ich hab meine nahtkampfwaffe eh immer dabei die meisten lass mich raten ein reißverschluss trennt uns vor dieser moment mit meinem reißverschluss ich hab eine jogginghose eine jogginghose eine joghurthose joghurthose er hat joghurt in der hose selbst gemacht ich hab joghurt in der hose drauf geschmiert selbst gemacht abgeschüttelt drauf geschmiert und abgeschmeckt ich weiß nicht was mich davon am meisten verstören soll ich glaub das hat geschmeckt Naturjoghurt Markeigenbau jam jam irgendwie hab ich immer noch Ladevorker geläuft ja ich auch ja falls jemand gerade ein komisches geräusch gehört gehört hat ich hab mir eine zigarette angemacht ich war so frei jetzt müssen wir sogar noch Warnung reinbringen dass hier auch Zigaretten hier verdingst werden also damit steigt das FSK auf 40 an alle Zuschauer ich bitte euch raucht nicht es ist scheiße es macht eure Lunge kaputt es macht euren Körper kaputt ihr endet so wie er die Wahrscheinlichkeit von Krebs ist erhöht ja oh ich wollte schon immer mal ein paar Krebse haben in meinem Aquarium das war der schlecht nein hab ich nicht ich wollte schon immer mal ein Aquarium ne wollte ich nicht irgendwie lädt er nicht weiter ne irgendwie nicht ich glaube hier setzen wir einen kleinen Schnitt und kommen wieder wenn's weiter geht bis zur nächsten Folge ade Schnitt ciao Bis zum nächsten Mal.